Hi! Wege für mehr Energie im Alltag. Wie kann ich mehr Energie bekommen? Bevor wir uns in diese Fragen hineinbegeben, steht ja erstmal an erster Stelle, was ist Energie überhaupt? Vom Sennstandpunkt her ist die Antwort relativ einfach und zwar Kratz! Stille. Fokus. Stille. Loslassen. Nur wenn ich die Meditation in diesem Modus öffne, komme ich an meine Kraftquelle. Aber dazu gleich mehr. Ich würde gerne den Aspekt, was ist Lebenskraft, erstmal öffnen, damit wir überhaupt wissen, dass wir eine Quelle von Energie haben. Denn im Großen und Ganzen ist es doch so, dass wir denken, die Energie ist da irgendwo draußen. Ich mache irgendwas und kriege Anerkennung, die Leute finden das toll, ich fühle mich gut oder ich erfülle irgendetwas, eine Anforderung und ich bekomme von außen Geld oder irgendwas Schönes und ich fühle mich wieder gut. Und das denken wir als Energie. Und das ist eben die große Falle. Wenn wir die innere Energie, unsere Lebensenergie, unsere Willenskraft mit äußeren Dingen verbinden, nennt man das im Sinn Verstrickung. Und es geht nie gut aus. Denn das, was da draußen erwartet wird, die Bilder und Programme, sie sind nicht unsere. Sie haben mit uns nichts zu tun. Sie sind nur verführerisch. Sie sind erstmal so, dass sie irgendein Kick, Dopamin-Kick, Erfolgskick, Wunsch, Gier oder irgendwo eine Angst, die da ist, eine Möglichkeit gibt, diese Angst auszuweichen. Und dafür begeben wir dann und geben unsere Lebenskraft weg. Der berühmte römische Philosoph Seneca hat mal folgende Geschichte gesagt. Er sagte, wenn jemand jemandem ein Popmonet klaut, dann kommt die Polizei und dann gibt es riesen Drama. Aber dieses Geld, wenn es weg ist, ist ja ersetzbar. Wenn uns aber jemand Lebenskraft oder Lebenszeit klaut, dann ist das total normal. Das finden alle ganz harmlos, ist es aber nicht. Denn diese Lebenskraft und Lebenszeit ist für immer vorbei. Deshalb ist die Achtsamkeit ein wesentlicher Punkt. Aber wir wollen weitergehen. Was ist Lebenskraft überhaupt? Was ist Energie? Ja. Was ist Energie in uns selbst? Fokus und Stille. Im äußeren Bereich kennen wir drei Formen von Energie. Das sind die physikalischen Energien. Das sind die Energien des Westen, die es nur im Äußeren gibt. Nämlich einmal die Gravitation. Das andere sind die elektromagnetischen Wellen, in diesem Fall das Licht, die Sonne. Und das dritte ist die atomare Energie, die Quantenenergie. Es gibt aber eine vierte Energie. Und diese vierte Energie liegt allen zugrunde. Und die kann man als kosmische Energie bezeichnen. Man kann sie auch von der Physik, von der kosmischen, wie heißt das nochmal, kosmische Physik? Astrophysik. Man kann es von der Astrophysik auch als Singularity Energy bezeichnen. Das heißt, der Urknall, die Entstehung des Universums vor 14 Millionen Jahren, das ist eine gigantische Energie, aus der alle Vielheit, alles was wir hier sehen, das ganze Universum entstanden ist. Und diese Energie breitet sich immer noch mit Überlichtgeschwindigkeit streckenweise aus. Und in diesem Fall heißt es kosmische Energie. Wenn diese Energie aber auf Lebewesen trifft, fängt sie an, in diesen Lebewesen, in Pflanzen, in Tieren und in Menschen, einen Kreislauf zu bilden, der überhaupt das Leben von der energetischen Seite ermöglicht, man kann sagen, es ist die Energie, die uns beseelt und vitalisiert. Und die Weisen des Ostens, schon seit uralter Zeit, sind über 5000 Jahren Wissen von dieser Kraft. Der älteste Begriff heißt Prana und ist vedisch Upanishaden und wird eben auch heute noch als Pranayana auf eine wunderbare Art und Weise im Yoga praktiziert. Später dann hat man herausgefunden, dass diese Energie in einem kleinen Kreislauf läuft, nämlich Rücken hoch, über den Kopf, Zunge, Bauch runter und ein Zentrum hat. Dieses Zentrum, wer mich kennt, weiß das inzwischen, ist das Hara. Hara ist unser Energiezentrum, unser Kraftzentrum, aber auch unser Körperzentrum. Der kleine Kielkreislauf ist der, der unsere Gestaltungskraft, unsere Willenskraft, unser Immunsystem, unser Grundlebenspower generiert. Und davon abgehen zwölf oder vielleicht auch 13, je nachdem, wie man es betrachtet, weitere Meridiane, die dann unsere Organe und das gesamte System versorgen. Und die große Kielkreislauf, die Meridiane, sind dann das Gebiet des Heilens. Wir wollen uns aber mit unserer Lebenskraft beschäftigen. Wir wissen also, es gibt eine kosmische Energie und wir wissen, dass diese Kraft in uns wirkt. Und wir wissen, es gibt einen Kreislauf und wir wissen inzwischen, es gibt ein Zentrum. Das heißt, wenn wir durch Übung, und diese Übung heißt Hara oder Atem, Verbindung von Atemenergie und Körper, wenn wir dieses trainieren, kommen wir in unsere Körper- und Energiemitte. Und das ist die Grundqualität. Wie ihr auch wisst, habe ich häufig schon erzählt, gibt es drei Zentren. Aber das Wichtigste ist erst mal Erde, Boden, Körper und Lebensenergie im Unterbauch. Wenn wir die Energie öffnen, können wir sagen, in der Meditation, in dieser Energie ruhen, bedeutet, ich ruhe in mir selbst. Daraus ergibt sich dann eine Qualität des nächsten Zentrums, das ist das Zentrum der Einheit und das Zentrum der Weisheit. Das ist heute nicht unser Thema. Wie bekomme ich mehr Energie im Alltag? Das ist, man möchte jetzt Tipps und Tricks, was mache ich dann und dann und so und so. Auch dazu ein Bild. Wenn ich auf der Straße jemanden sehe, der einen Autounfall hat, dann steige ich aus, nehme den Verbandskasten, gehe da hin, helfe ihm, hole ihm aus dem Auto raus. Das sind Tipps und Tricks. Nur, das Kind ist schon ins Bad gefallen, wie man so schön sagt, oder in den Brunnen gefallen, das ist kein schönes Bild eigentlich. Also hier ist es zu spät. Es geht darum, dass wir gar keinen Unfall bauen. Es geht darum, dass wir in unserer Mitte bleiben. Wenn wir energetisch, körperlich in unserer Mitte bleiben, wird es unglaublich schwer, uns zu verstricken. Und wir werden selber zu einem Quell von Freude, denn Energie und Freude sind fast identisch. Habe ich keine Energie, werde ich müde, abgespannt, kaputt, nervös, ärgerlich, getrieben, genervt, vor allen Dingen nicht freudvoll. Bin ich aber in meiner Mitte, die körperlich energetisch ist, Hara, dann entsteht Freude, Kraft und Mitte. Unsere ganze Welt besteht aus Energie. Alles. Auch da oben, dieses Flugzeug und der Vogel. Ja? Ah, ah, wow. Alles ist Energie. Und im Hara-Training kann ich diese ganze Kraft, auch das chaotische, laute, verrückte um mich aufnehmen. Lass es uns, Hara fließen. Ruhe meine Mitte. Und bin hier. Wie bekomme ich mehr Energie für meinen Alltag? Der Schlüssel ist die Prävention. Wo fängt mein Alltag an? Mein Alltag fängt immer, immer an, indem ich aufwache. Morgens. Jeder Morgen, jedes Aufwachen eines Menschen ist wie eine Wiedergeburt. Der Schlaf, der Tiefschlaf, der ohne Traum ist, ist dem Tod sehr, sehr nah. Da ist kein Bewusstsein. Da ist nur ein rudimentäres Bewusstsein. Und so entstehen wir neu durch den Morgen. Man träumt. Das ist das erste Aufwachen. Man ist wieder so halb da. Man schläft dann weiter. Dann rattert irgendein Decker oder irgendwas anderes. Besser nicht. Und man wacht auf. Und nun erkennen wir uns wieder selber. Wer bin ich? Wo bin ich? Und dann denken, oh Gott, deswegen gestern Abend. Oder oh, und Sorgen. Und man ist morgens am empfindlichsten für schwierige Themen. Weil wir sind morgens ein Baby, nach fünf Minuten ein Kleinkind, nach 20 Minuten ein Teenager und vielleicht noch 15 Minuten irgendwie so im Trennbereich. Das ist nicht schlagartig. Man steht auf und sagt, oh, ich bin gerade aufgewacht. Wie wunderbar. So. Sondern es ist ein ganz sanfter Prozess. Wenn wir genau in diesen Prozess reingehen und in unsere Mitte gehen und hier unsere Mitte, unsere Kraft, unsere Lebensmitte, unsere Lebensenergie-Mitte trainieren, dann entwickeln wir eine starke Resilienz und Immunität für unseren Alltag, für unsere Welt um uns herum. Das heißt, ich weiß, dass das jetzt nicht, aber allen nicht mich beliebt mache. Das ist entscheidend und das tue ich auch. Ich wache auf und gehe in Sassan. Und am allerbesten in die Übung langsam ausatmen und den langsamen Ausatmen in den Unterbauch fließen lassen. Wo ich dann zur Verstärkung dieser Übung meine beiden Hände, die linke umfasst die rechte und lege beide unter den Bauchnabel, diese Übung verstärke. Einatmen natürlich und ausatmen. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, warum das nicht so beliebt ist. Erstens ist man müde. Zweitens möchte man was ganz anderes, nämlich vielleicht einen Kaffee. Und drittens denkt man Heidenei, was heute alles so anliegt. Und dann sitze ich da auf meinem Holzbänkchen und fühle mich irgendwie bisher nicht ganz richtig an der richtigen Stelle. Aber das ist quasi, dass wir gerade überholt werden und schon in diesem morgendlichen Prozess unsere innere Mitte verlieren. Also die meisten Menschen verlieren ihre innere Mitte schon an der Kaffeemaschine. Spätestens wenn sie auf ihr iPad oder iPhone oder was für irgendwie draufglotzen und irgendwie rumscrollen und denken, Gottes Willen, die Welt geht schon wieder unter. Also ich nenne manchmal dieses ganz frühe Zen auch Bergwerk-Zen. Es ist nicht, dass wir da sitzen und das Samadhi und alles ist nice und so weiter und die Engel umfliegen uns, sondern es ist wirklich so ein bisschen so, es ist ein bisschen anstrengend. Es ist irgendwie das Gefühl, man kriegt es nicht richtig hin. Und genau das ist Training. Wenn wir es hinkriegen würden, brauchen wir nicht trainieren. Wenn ich mich an den Flügel setzen kann und spiele Skriabin, dann brauche ich nicht üben. Aber das kann ich nicht. Also fange ich an und übe das. Und es ist nervig. Ich finde es nicht nervig. Ich finde Übung wunderbar. Aber unser Ego mag das nicht. Unser Ego möchte irgendwas machen, was irgendwie einen Kick gibt. Mein Tipp ist, morgens aufstehen, hinsetzen, egal was ist, und langes, tiefes Ausatmen. Unterbauch, Harra. Immer wieder trainieren. Und wenn ihr das drei Minuten jeden Tag macht, wichtig, dass ihr es tut. Es ist der Break, der entscheidend ist. Es ist, dass ich aus der Mitte heraus meinen Tag gestalte. Es ist der Startpunkt. Ein Weg hat einen Anfang und ein Ende. Und der Anfang determiniert schon den ganzen Weg. Das ist der Punkt. Und wenn ich irgendwie nachmittags um 13.14 Uhr oder 15.34 Uhr irgendwie völlig fertig bin und mir den 34. Cappuccino oder Expresso reinballere und so ein bisschen so bin, dann habe ich meine Mitte verloren und ich habe auch mein Leben ein wenig verloren. Und ich laufe auf Reserve. Und diese Reserve ist, dass die Lebenskraft, die Sprache und Wirken da ist, nicht mehr da ist. Und dann ziehe ich sie aus dem Körper und damit aus dem Immunsystem raus. Und es gibt zwei Möglichkeiten dann mit der Zeit. Das braucht bei dem einen Monat, bei dem anderen drei Jahre oder fünf Jahre. Das Crashens. Das eine ist, die psychische Energie geht runter und ich fühle mich immer schlechter, immer pessimistischer. Und komme dann in einen Punkt, der bis hin zur Depression geht. Oder aber in eine Überaktivität und Hektik, die dann irgendwann implodiert. Und das andere ist, dass das Immunsystem an einigen Stellen immer weniger wird und irgendwo eine Sollbruchstelle sich meldet. Ob das jetzt eine Migräne ist oder irgendetwas anderes, eine Bronchitis oder Schlimmeres. Das ist meistens dann zu spät, an dieser Stelle zu reagieren. Es geht auch. Aber warum? Jeden Morgen. Sazen. Kraft und Energie. Und nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, ist wichtig. Ich setze mich nicht morgens hin und denke so, äh, okay. Sondern von vornherein, es geht hier um Energie. Ich gebe in die Meditation einen Energieimpuls. Mein Trotz eben ist ein Symbol. Das mache ich natürlich nicht in der Meditation. Das sehen ja noch Menschen um mich herum. Sondern ich kann das auch innerlich. Ich kann mich also hinsetzen. Sazen. Und dann guck. Und dann ist Energie. Und dann lasse ich das los. Jetzt ist wichtig, dass ich das Gegenteil gehe. Hingabe. Stille. So. Aber der Ausgungspunkt ist klar. Sitzen in Kraft und Stille. Sazen. Und die Frage, wie weiß ich, ob der Weg richtig ist? Smile. Ihr hattet lächeln, wenn ihr das macht. Morgens. Irgendwann. Und es steht sich anders auf. Und statt Kaffee, einen guten grünen Tee. Und weniger von dem Zeugs. Insgesamt. Ein guter grüner Tee oder zwei. Frisch. Es gibt da ein Video, glaube ich. Zum Thema Tee. Und dann ist der Tag euer Tag. Und das ist großartig. Hi. Und dann ist der Tag.